Die Lied führen Sie auf die Bühne. So jetzt, jetzt geht es um die Kirche auf den Sahnenräumchen. Noch mal Freude ausgehen, kommen wir unter rechts. Kommen, hab ich wieder aufhören, fallen wir unter rechts. Die Klasse zurück! Fünf Drehungen zur seiner Sicht. Das ärgert mich. Und noch mal die Fünf-Drehung zur Vorder-Sicht. Dankeschön, meine Herren. Wir rufen den Sieger, da können wir ab. Ich werde gleich den Gesamtsieger ausrufen. So, das Ergebnis. Das Ergebnis ist einbeutig, mit 9 zu 0, Kaffrichterstimmung, holt sich der Gesamtsieg, der Giorgio Freire. Herzlichen Glückwunsch! Bravo Giorgio! Giorgio, bleib vorne, du kriegst noch ein Bild alleine, wenn die Jungs sind ja Sturm am Tor und dann könnte es ja hübschiges Auto sein. So, wir gehen jetzt in eine...